und weiter geht's mit sauspark der starb der wahrheit und wir müssen karten heilen schön wird verhindert und wir können erst mal hier alles ausräumen ich habe alles mitnehmen gedrückt gehabt der wort er nicht gemacht die alle hoch springen das schon mal machen ja wird gemacht was ist geöffnet konzentrieren setzt ein aber wir werden ein boss beschwören deswegen habe ich mir das aufkommen haben wir rufen jesus jesus schön we winnt, we winnt, we winnt, we winnt... nehmen wir alles mit alles mit ja ich würde das mal alles guten machen wir doch natürlich das folgte ist aller zeiten hier und BAM ja wenn die das sehen gibt es Ärger für ihn für Jimmy und singen und BAM und alle hopp Gönsessen Kenny ist gerettet Gehre zu Karten zurück Gönschen 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 Gently now put your mind to rest Sauber, ich bin wach geblieben Und Fortsergriff Er brennend Äh Okay, dann machen wir das Äh Schön, hab ihm die Attacke kaputt gemacht BÄM Kenny Und Keule, Attacke Drei Frisch Hm, kann Kenny noch was? Hier Ne, das lohnt sich nicht BÄM BÄM Und BÄM 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 Na gut, da ist er! Hast du einen neuen Freund, mein Lieber? Nichts zu sagen, was? Was für eine Überraschung. Es ist late, liebte. Geh auf den Bett und ich werde da sagen, gute Nacht. Das nehmen wir noch schnelles mit. Und danke. Und ins Bett, oh! Gute Nacht, kleiner Mann. Ich hoffe, dass du so glücklich bist, wie wir sind. Alles wird besser sein, jetzt dass wir in dieser ruhigen kleinen Stadt. Wie wir aussehen. Oh. Stimmt ja. Ja. Äliens. Oh, ich habe wieder einen Traum. Okay? Das ist Traum. Was ist passiert? Oh! Jesus! Jesus Christ! Oh! Können wir den großen Silberen wieder versuchen? Ähm. Ach, Mann. Das ging leicht. Oh, die große Schwarze. Bäm. Sehr schön. Aber das war nicht sehr schön, dass das Ding jetzt in uns ist. Ist das deine erste Mal, dass du geprobt hast? Ja, das ist ein Schmerz, aber... Das ist das Kind von Sachen, die du mit in einer remote kleinen Stadt leben möchtest. Du kannst jetzt die Elden-Sonde benutzen, wenn du deinen Halter-LB gedrückt und dir die Elden-Sonde drüber 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 holt, bis du sie ausgewählt hast. Wow, schau mal an das! Du musst den Teil der Probe ausbauen und jetzt kannst du ihn kontrollieren, mit deinem Schmerz, mit deinem Schmerz befestigt. Geh find einen Weg, um es zu verhindern. Wenn du mich frei verbringst, kann ich dir zeigen, wie du das Schmerz ausbauen kannst. Und hierhin. Oh, ich hab mich wieder in meine Zelle teleportiert. Und das alles. Danke. Alienhelm. Ich wollte gerne meine KKK-Rüstung wieder anziehen. Ich sag besser, dass ich weiter öffne. Acht Rüstung. Acht Rüstung. Nein, nehmen wir wieder das. Dann passt das alles. Rücken der Schwäche ist schwächer. Schön. Alienhelm. Leuchtender Schleim. Jetzt haben wir alles. Gut. Oder mal hier raus. Weil ich weiß, dass wir ihm nicht hier drin helfen können, sondern durch Schiff laufen müssen. Aber wir gehen vorher hier rein. Findet den Kontrollroben, ist unsere Aufgabe. Oh. Ah, hallo. Ist das ein Bild? Wenn du das hörst, bin ich auf einen Aliener Schleim. Die Aliener haben meine Recklo-Kavite gemacht. Aber ich bin frei. Ich bin so Angst und alleine. Ich muss diesen Schleim. Oh Gott, sie kommen. Warum stand ich hier, einen Audio-Locker zu machen? Ich habe keine Zeit für das. Ich lasse mich alleine! Ja. Eine Ahnung warum du ein Audio-Locker gemacht hast. Sehr schön. Es sind nur noch zwei übrig. Einen habe ich erwischt und einer ist getäubt. So. Machen wir erstmal den fertig. Wow. Der ist fast hin. Reflektor-Schild. Ähm. Ja. Hauen wir auf ihn erstmal drauf. Run rein. mira. Scheisse. Mist. Ähm. Really? Heben wir uns mal auf Voilà Der rechte müsste ja jetzt hier So gut wie down sein Sag ich ja Hier vorne hat Und Bang Schön Und voller Attacke Gewonnen Strahlen Waffe erhalten Oh hey Da bist du Oh ja Das ist der Lambda Containmentblock Geh den Elevator neben dir Die Probe und deiner Scheiße Interface mit ihm Ähm ja Wenn ich die Elevator ausgewählt habe Und ich mache immer irgendwas falsch Strahlen Waffe Macht weniger Schaden Als mein Mongolenbogen Und dann Wenn der Dreimal trifft Ähm he Great you're it You're looking for a security console Should be one above you in Probe maintenance And another below you in the atmosphere processor Yeah I know Alienanzug ist der besser als unsere kkk rüstung nein bitte rüber mich gerne an die kiste und hier hoch das funktioniert nicht wäre auch ein bisschen zu einfach merkwürdig dass die nicht machen muss da oben ziehen damit die sich aktiviert nein das wollte ich gerne wir stehen uns nach hier unten und aktivieren mal das ding auf wiedersehen er ist angeekelt keule der zerschmetterung war doch keine erster schmetterung reflektionshaltung das ist ja klar und gewonnen schön du hast nichts dabei ok ich weiß ich könnte dir vertrauen ich bin noch nicht besser die andere konsole Okay, lass uns die andere Konsole probieren. Ich hoffe, das funktioniert. Und der ist auch angeschlagen. Und volle Kanne. Und er brennt. Und gewonnen. Schön. Nehme ich alles mit. Oh, ich wollte eigentlich den Typen looten, aber... Ach, da hätte ich auch den Typen an. Okay, ich habe einen Audio-Log gefunden, der sehr lustig war. Eine Frau, auf diesem Schiff, legte ein Audio-Log über ein paar Papier, die sie in einem Alien-Kabin hat. Und sie sagte mir, der Code war 776. Das war ziemlich cool, weil ich nicht wusste, was ich vorher nicht wusste. Also, als ich in der Kabinett hatte, gab es nur ein paar Power, die ich wirklich brauchte. Oh Gott, jetzt haben die durcheinander gesprochen. Tut mir leid. Habe ich nicht gewusst, dass die dann durcheinander sprechen, wenn ich da unten hingehe. Oh, eine Kiste. Ich habe nicht alles mit. Oh, geschafft! Ähm... Okay. Das ist gemein. Wer das sagt, bitte ein Video auf YouTube hochladen. Ja. So gemein. Und jetzt kann ich den fertig machen. Alter, wie sieht der denn zur Hölle aus? Ja. Und noch einer übrig. Mo, 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 mo. Ich sollte mal Mana aufladen vielleicht. Mo. 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 Säubert. Mo. Ich werde jetzt Mana aufladen. Einen kleinen Mana dran nehmen. 70 Mana dürften ihr reichen. Ja. Schön. Böser Alien. Und nochmal normal draufhauen. Gewonnen. Äh, die sind ja leicht. Hätte halt, wie der eine Typ nur verbrannt da liegt. Nehmen wir alles mit. Nehmen wir alles mit. Alienhandschuhe. Hey, das war's. Das Erlebenssystem geschäft. Komm mal zurück und wir können hier rauskommen. Ja, mach ich. Hier war gerade irgendwas mit A. Achso. Schön. Jetzt können wir auch hier runter und da gehen wir auch hin. Wie hört sich denn das Deutsch mittlerweile an? Das hört sich ja komplett anders an mittlerweile. Papiere bitte. Alter, wie ist denn das verändert worden zur Hölle? Papiere bitte. Achso. Ehrlich. Das Erste hat sich besser angehört. Die originale Synchronisation hört sich schöner an. ah oh Gott alter scheiße alter wirklich ouch die Folge dauert so lange bis wir vom Schiff runter sind also weil ich danach aufhören möchte aufzunehmen und will dann nicht noch eine neue Folge anfangen müssen deswegen geht die Folge so lange bis wir vom Schiff runter sind scheiße scheiße oh Gott die deutsche Synchro helfe in der Originalversion gefällt mir das besser ach du lieber oh Mist ouch ich hab mich vertan im Drücken auch gewonnen ne noch nicht ganz mal gleich hör auf nicht zu schlagen oh je hallo Folien Helm ne war das mit alter wie hört sich denn das jetzt mittlerweile an das ist ja oah schön schön hui great you made it okay use this panel here we can all go home ja wird gemacht randy ja schlauber das war keine absicht ich hab zwei mal oben gedrückt ich war schon ein schritt weiter ja geschafft oh you did it thanks kid i don't know who you are or if you're real but consider me your friend until we meet again hoppala neue freunde stand haben mr marsch weißer kristall da haben wir alles im schiff ja die waffe wollte ich haben alien sonde mr freund quake ist jetzt single ja rechts von dem raum den wir eigentlich ein fahrstuhl aber du kannst über ihn fliehen aber ich habe ihn kaputt gemacht als sieben bin ich habe und musste ihn reparieren tut mir leid warum so jetzt machen wir ändern ja ändern was haben wir denn drauf fügt beim perfekten eingriff hunde man hätte gesagt alien mögen keinen strom machen wir das mal aber das mit dem brennen hat mir besser gefallen ja das hat mir besser gefallen ne ist ja das gleiche idiot ähm kommt das drauf so und das bitte danke und fahrstuhl fahren so und das bitte oh da oben ist ein schön pokémon das möchte ich unbedingt haben ok verbohrt normal das eisem baby fuck mc6 kaputt ist mit so pistole ok ok hier ist nichts weiter ok oh ähm guten tag die herren ähm ich weiß was ich machen muss äh fähigkeit exekutieren machen wir da mit schön belastigen muss als erstes weg äh was essen schnell äh fähigkeiten kann ich nochmal einsetzen sauber schön kriegen die erstmal keine verteidigungspunkte mehr ähm protogen torpedor ich hasse die attacke ich hab sie geblockt äh ich hab noch mana schwach schwach wow wow schön dann machen wir das bei dem auch nochmal wenn der typ auch brennt und die automatisch schaden bekommen eh muh nein neino 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 ne Hätt ich jetzt mr kim rufen können soll Ja, nicht genügend Mana, scheiße Na, ist kein Busch Warum ist er freigeschaltet? Geschickter Verteidigung Nee, da reicht ein kleiner Oh, jetzt hauen wir auf ihn auf Was macht der denn? Er flüchtet Hat sich gerade der eine geopfert für den anderen Gut, dass ich eben was gegessen habe, sonst wäre ich jetzt hin Auf totstellen Da reicht ein kleiner Ich gehe nur auf Nummer sicher Sicher ist sicher hier Schön, ich habe gewonnen Ja, schön Das Traumschiff in einer Folge 18 Minuten geschafft, sauber Alles gemacht Besucher ist das Hat das da gerade, oder wie hieß die Tusse? Ja? At what location? How many people in the town? Get in there and cover it up This could change everything Get everyone moving We've got another UFO crash Diese Aussage, wir haben schon wieder einen UFO-Absturz South Park Der zweite Tag War für dich alles nur ein Traum? Schön Sieg, Errungenschaft freigeschaltet Erster Tag in der South Park-Quest Erfüllt in Führung durch Aliens Fast Level 7 Und das war's mit dieser Folge South Park Der Stab der Wahrheit Ich hoffe, es hat euch gefallen Wir hören uns morgen wieder Tschüss auf Reiner, euer Hanselmann Ciao